Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Medal-Leute und herzlich willkommen. Wir sind die drei Fragezeichen. Heydektive im Auftrag von Mr. Bitchcock. Justus. Peter. Und Bob. Ihr habt nun über ein Jahr lang nichts von uns gehört. Also wundert euch nicht, wenn unsere Stimmen etwas anders wirken als früher. Wir sind garantiert immer noch dieselben. Ganz ehrlich. Wir freuen uns mindestens genauso wie ihr auf ein neues Abenteuer und hoffen, dass sich Mr. Bitchcock nicht so lange Zeit lässt. Hä? Ja, 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 ich mach das schon. Ich mach das schon. Neben alten Bekannten werden noch viele neue Masken ihren Auftritt haben. Ich bin der Fetty mit Vornamen. Fetty mit AI, ganz wichtig. Ja, der spaßt natürlich auch. Wir hören bald voneinander. Bleibt gesund und... Medal on! Die drei Fragezeichen.